Von Köflach kommend gleich nach der Ortsheinfahrt Maria Lankowitz befindet sich linkerhand schon seit 1958 die Fleischerei Kranzlbinder. Nicht allein die hohe Qualität der Produkte, sondern auch die freundliche Bedienung zeichnet diesen Betrieb aus. Das sind unsere Hauswürstel, natürlich auch ohne Geschmacksverstärker, nach altem Hausrezept gemacht. Zu den Ostern machen wir das als Osterwürstel für unsere Kundschaften, aber auch das ganze Jahr werden sie als frischer oder auch als trockener gerne gekauft. Man schmeckt einfach, dass es mit Liebe gemacht wird, dass es eine Handwerksgeschichte ist, dass da immer Fleischer Meister dabei stehen, die dieses Produkt mit Liebe produzieren. Und ja, das schmeckt man einfach und die Kundschaften merken das. Auch das reichhaltige Zusatzsortiment im Geschäft, wie zum Beispiel Kaffee, Reis, Schokolade und so weiter, stammt aus fairen Handel. Gewürze, Tees vom Sonnentor, Kernöl, Weine und im Sommer frisches Gemüse stammt aus dem Vulkanland rund um Straden. Vergewissen Sie sich selbst von der Rundqualität der Genussfleischerei Kranzlbinder in Maria Lankowitz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Diab habilität nicht, die man überlressed obscure. Untertitelung. BR 2018